Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Curvy und das Vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Boah! Jetzt haben wir da noch eine Mission vor uns. Aber bisher läuft es doch richtig nice. Der Eis, Schatz. Wahrscheinlich irgendwie die Gegner auf bestimmte Objekte schleudern. Ach, ey, so geht das. Ich muss es einfach nur mehrfach drücken. Weil der konnte immer so eine Eisbarriere geführt um sich drum machen. Komm! Wir müssen da runterschlittern. Hat doch easy funktioniert. Aber ich war eine Sekunde zu langsam, weil ich wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben bin. Jaaa... 39 Sekunden. Diesmal war ich knapp dran. 38, Entschuldigung. Zeit für den Boss. Was wohl die vier Nebenmissionen sind? Oder ist es vielleicht einfach nur ein Bosskampf? Ne, irgendwas würde man ja wohl machen müssen. Ich hatte so die Hoffnung, dass man eventuell das Wasser einfrieren kann. Ja, kommt. Ihr wollt ja offenbar Eisblöcke werden. Ich weiß, ob ich nach da oben muss. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich irgendwo hin kann. Oh, Bananen. Donkey Kong wird mich hassen. Banana. Gibt's auf der anderen Seite auch, Bananen? Auf der anderen Seite ist gar nichts. Wie langweilig. Eis, Bombe oder Schwert? Ich nehm mal Bombe. Weil Bombe ist richtig geil zum Kämpfen. Weil man dann die ganze Zeit den machen kann. Bisher nix. Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, ob es irgendwelche Spezialtechniken gibt. Ist Donkey Kong doch hier? Äh. Es mag mich nicht. Ich bin ein kleiner Flummi. Lass mich. Biceps, wer ist ihr Gorillaz? Nee, lass mal. Okay, nicht in der Nähe stehen. Nein. Ah. Anzionix. Daneben! Da stand ich gar nicht. Ha! Du kannst gar nichts. Dich besiege ich doch mit Leichtigkeit. Und? Er wird schlauer. Dich besiege ich doch mit Leichtigkeit. Aua. Er hat einen Wirbelsturm gelernt. Wie ist meine Bomben? Aua. Weißt du was? Ich zeige dir jetzt mal meine Superkraft. Nämlich Amiibo! Ich weiß, wie scheiße die Aktion gerade ist. Ah, das ist so eine Zusatzheilung. Endlich verstehe ich mal, was das macht. Aua. Komm! Nicht mehr viel! Tot! Ja! Ich habe Gorillaz besiegt! Ich komme mit meinen Freunden! Nämlich! 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 Ne, Mission! Schlüpfe zwischen den Beinen von Gorillaz durch! Okay, das würde ich lieben gerne einmal versuchen Dass es für Wurstkämpfer auch Nebenmissionen gibt Das ist richtig cool So, in der Wallet-Stadt wieder Wie viele Wallet-Stadt haben wir? Ich kann meine Spezialpower verstärken Das klingt nice Dafür ist wahrscheinlich das Geld Wehe, das kostet jetzt nur so 20 pro Stück Das wäre lame Willkommen in Warnelies Waffenladen Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpower An die kleine Leidenschaft von mir Jede von dir entdeckte Spezialpower steht dir anschließend Hier in meinem Laden zur Verfügung Schau also ruhig öfter mal vorbei Hm, er hilft mir, um Spezialpower zu entdecken Und zu verbessern Okay Ich kann den Bummen aufbessern und Feuer Und ihn? So, was passiert, wenn ich da jetzt das mache? Man braucht Sterbmünzen und seltene Steine Okay, damit weiß ich jetzt, wofür die alle sind So Spezialpower wird entwickelt Los, zum Gottelnie Spezialbummerang hat sich zu Chakra-Bummerang entwickelt Geschafft, das hat ja wunderbar geklappt Die Spezialpower-Bummerang hat sich zu Chakra-Bummerang entwickelt Und was macht das jetzt? Das wüsste ich gern Ach, jetzt habe ich Chakra-Bummerang Das ist eine normale Flamme Und beim Feuer, da wird das zu Vulkanfeuer Mal gucken, wie Feuer danach ist Oh, richtig cool Oh, jetzt werfe ich Vulkansteine Und bin selber so ein Meteor Cool Die anderen Kräfte kann ich leider noch nicht entwickeln Herr Sandsack Richtig gut Okay Sprinten und nach vorne Okay Und bei Chakra Erzählst du mir da auch, wie es geht? Okay Er sagt mir, wie die Spezialpower geht Erklär mir mal, wie die Spezialpower vom Igel geht Ja, man kann nur piksen Okay Nehme ich mal Vulkanfeuer mit Ist ja einfach nur eine bessere Version von Feuer Ich habe jetzt ein neues Gebiet halt, ne? 42 Woddle Dees habe ich Für 10 kann ich den Knauf drehen Dann kriege ich auch noch mal so etwas Woddle Dees Ja Warte mal, wie viele Serien gibt es eigentlich? Wenn man schon beim Thema ist Warte, das sind ja nur Serie 1 Das würde mich jetzt brennend interessieren Aber ich will jetzt mal versuchen Hier die Nebenmissionen noch bei Gorillaz zu holen So, ich muss durch die Beine durch Geschafft Der ist dann mit dem Feuer gestorben Was an ihm dran klebte Kann ich ihn mit dem Schwert Eventuell einfach rasieren? Wüsste jetzt sonst nicht, was ich als Nebenmission machen sollte Innerhalb von 2 Minuten besiegen Okay Das habe ich ja mit Feuer gut geschafft Was sind die letzten beiden Missionen? Mit Schwert besiegen Okay Und wahrscheinlich auch einmal mit Eis, oder? Mir fällt da jetzt sonst echt nicht ein, was man bei dem machen soll Vielleicht wirklich irgendwie in diesen Tornado Äh Im Tornado von ihm rein So, ich habe ihn diesmal mit dem Schwert besiegt So, was ist Missionen last? Ohne Schaden zu erleiden Okay, das mache ich offscreen Weil das würde mich ein paar Versuche kosten Eventuell mit Bumerang könnte ich es schaffen So, kann ich hier sonst noch irgendwas finden? Anscheinend nicht So Hier nochmal Wedermodus ist einfach ein bisschen wilder, herausfordernder Aber man kriegt auch mehr Sternmünzen Und das ist halt für Einstelliger Da hat Kirby mehr H&P Ich habe jetzt 8% damit geschafft Wenn ich, äh, den letzten Modell, die da rette Wahrscheinlich sogar 1% mehr Also kann man das Spiel doch relativ Zügig fertig kriegen Ich will nur mal kurz gucken Habe ich jetzt dadurch was freigeschaltet Dass ich jetzt hier ein paar Missionen geschafft habe Oder wie schalten die sich frei? Hm Naja, egal Ich lege den Controller beiseite Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen Wenn ja, könnt ihr ein Abo auf YouTube hinterlassen Ein Follow auf Twitch Und ich wünsche jedem von euch jetzt noch einen schönen Abend Beziehungsweise einen schönen Tag Je nachdem, wann ihr das guckt Und bis dann Tschüss